Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 26.800 US-Dollar. Wir sind ein bisschen runtergegangen, aber dafür wurde unser erster Take-Profit von unserem Trade von letzter Woche endlich mal erreicht. Wir hatten ja einen Take-Profit bei 27.360 US-Dollar. Sind bis auf knapp 27.450 US-Dollar hochgestiegen, wurden aber wieder abverkauft, haben kein höheres Hoch dadurch wiederbekommen. Also wieder hier ein bisschen Gambling auf dem 4-Stunden-Timeframe. Aber gut, wir werden uns das jetzt in Ruhe anschauen, was wir jetzt im Endeffekt mit unserem Trade weiterhin machen, wo ich neue Einstiege sehe für uns. Auch das werden wir auf jeden Fall besprechen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin. Dort habe ich jetzt gerade schon mal das Update rein, dass der erste Take-Profit erreicht wurde. Positionen wie gehabt noch offen. Und ansonsten, wenn ihr jeglichen Content wollt, Signale, aktuelle News oder auch die aktuellsten Videos, kommt da gerne rein. Denn der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich komplett for free. Und nochmal kleiner Reminder, das exklusive Bing X-Einzahlungsevent läuft immer noch, nur noch ein paar Tage bis zum, jetzt muss ich wieder selber nachgucken, 7.6. Habt ihr noch die Möglichkeit einfach einzuzahlen und euch im Endeffekt die Free Trades abzuholen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, genug Eigenwerbung gemacht. Wir gehen direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan Bitcoin bei 26.800 US-Dollar. Wir sehen hier deutlich diesen Wig nach oben. Wir haben nicht die Ineffizienz gefüllt, die wäre bei 27.500 US-Dollar gewesen. Wir haben einfach die Liquidität der Shorts hier oben frisch abgeholt. Und dann ging der Kurs erst einmal nach unten. Auch diese kleine vier Stunden, die Mahnzone hält hier zumindest gerade noch. Und was man auch dazu sagen muss, wenn der Kurs sich jetzt erstmal so halten sollte, haben wir erst einmal eine Hidden Bullish Divergence. Das heißt ein tieferes Tief im RSI, auch wenn es nur minimal nach jetzigem Stand ist, aber ein höheres Tief im Chart derzeit. Also so bearish sieht es gar nicht aus, auch wenn wir hier so einen leichten Abverkauf gesehen haben. Momentan ist alles noch im Rahmen. Wir befinden uns genau in der Range, in der wir uns die ganze letzte Woche im Endeffekt befunden haben. beziehungsweise wenn wir jetzt hier mal ein bisschen rauszoomen, seit Anfang, Mitte Mai besteht hier im Endeffekt diese Range. Wir gehen mal ganz kurz noch in die kleineren Timeframes, weil ich euch da auch mal wieder was zeigen will. Ein Stunden Timeframe, auch hier Errorside deutlich, deutlich weiter unten. Hier haben wir leider keine Bullish oder Hidden Bullish Divergence momentan vorliegen. Die Mahnzone hält auch hier noch, ist ein bisschen länger durch diesen Wig. Also ich lasse auch momentan jetzt erst einmal, dadurch, dass wir Take Profit 1 erreicht haben, den Stop Loss genauso, wie wir es besprochen haben, bei den 26.450. Gegebenenfalls werde ich die Position hier nochmal kurz vorher erhöhen, aber ich glaube sogar, oder es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir uns diesen Wig gegebenenfalls im Laufe des Vormittags oder im Laufe des Nachmittags auf jeden Fall noch holen. Interessanterweise, wenn wir uns jetzt einfach mal wieder das FIP-Level dazunehmen, weil wir ja die letzten Wochen auch immer wieder diese Probleme hatten mit 0,5er abgeholt. Wenn wir uns jetzt hier das FIP von unserem Top bei ungefähr 28.400 bis zu unserem Low bei 26.500 ziehen, sehen wir auch wieder, wir haben genau das 0,5er FIP-Level mal wieder abgeholt. Wir sind nicht bis ins Golden Pocket direkt reingekommen, mal wieder, nicht die Ineffizienz gefüllt. Also für mich weiterhin sollten wir uns jetzt hier stabilisieren können in dem Bereich der 26.700, 26.800 US-Dollar, auch weil der RSI jetzt momentan sehr, sehr weit unten ist. Jetzt kann ich mir zumindest vorstellen, dass wir uns die Liquidität zumindest über diesem Tief oder über diesen Hoch, was wir uns heute Nacht abgeholt haben, hier die 27.500 US-Dollar, dass wir uns hier holen. Schließen wir hier oben, ist der nächste Weg auf jeden Fall die 27.700, 27.800 US-Dollar. Dort dann mit einer Rejection und dann wieder einem höheren Tief wäre momentan die sinnvollste, sag ich mal, Chance für uns. Und was man dazu sagen muss, ich habe es ja schon im Wochenausblick, also schaut euch den gerne auch mal im Laufe des Tages nochmal an, da habe ich das Wichtigste eigentlich genannt. Wir haben die Woche wenig News, nächste Woche ist dann schon wieder Fettsitzung und da habe ich eben auch dazu gesagt, okay, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir diese Woche eigentlich noch relativ positiv sind und dann gegebenenfalls nächste Woche zum Fett-Zinsentscheid dann doch mal wieder deutlich tiefere Kurse sehen, dass wir da dann im Endeffekt so einen kleinen Dump oder sowas bekommen, das ist momentan so ein bisschen der Fahrplan, den ich so ein bisschen im Hinterkopf habe. Trotzdem bleibe ich jetzt erst einmal diese Woche erst einmal bullisch, was das anbelangt. Was wir uns auch gerne angucken können, ist mal ganz kurz in den Traders-Reality-Indikator reinglotzen. Wie sieht es dort momentan aus, gestern die Psy-Range? Ich habe gestern kein Video gemacht, weil gestern sich einfach nichts getan hat, das hat sich einfach nicht gelohnt. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Also wir hatten ein kleines Breakout hier aus dieser Psy-Range nach oben, nicht wirklich impulsiv, keine Bestätigung gehabt, wir sind wieder drunter gefallen. Jetzt sind wir hier beim M1 momentan, Last Week Low, eben auch bei den 26.500, weshalb ich mir eben sehr, sehr gut vorstellen kann, dass wir bis dahin nochmal runterkommen. Und dann muss aber dieses Daily Open bei 27.130 Punkten auf jeden Fall fallen. Sollten wir hier drüber kommen, eine Bestätigung mit einem 4-Stunden-Close wäre eigentlich viel, viel besser. Dann meines Erachtens nach sind die 27.700, 27.800 auf jeden Fall im Bereich des Möglichsten für die nächsten Stunden oder Tage. Wie gesagt, Trade lassen wir jetzt erstmal offen, warten erstmal ab, ansonsten gibt es eigentlich, wie gehabt, wenig zu sagen, auch wenn wir jetzt ein bisschen mal Bewegung reinbekommen haben, weil das hat sich an der Gesamtstruktur erstmal überhaupt nichts geändert. Wir brauchen den Close mindestens über 27.300 US-Dollar. Dort liegt unser letztes Hoch, kriegen wir dieses Hoch raus mit einem 4-Stunden-Close, haben wir ein höheres Hoch. Und dann eben, wie gesagt, hier oben diese 4-Stunden-Supply, wo das Golden Pocket liegt bei den 27.700, 27.800, muss dann früher oder später auch mal wirklich fallen, damit wir hier auch mal eine Chance haben, weiterhin nach oben zu pumpen. Bearish-News sollten jetzt, glaube ich, erstmal auch nicht anstehen. Schuldenobergrenze wurde jetzt auch von Biden, ich glaube, gestern oder vorgestern abends noch unterschrieben. Ist auch gut, weil das mit dem Krypto-Gesetz da drüben dann auch wieder ein bisschen gelockert ist, beziehungsweise das mit den Mining-Kosten oder, was weiß ich, steuern da auf die Mining-Geräte. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Damit auch passé erstmal ist, also auch ein positiver Schritt, aber diese Schuldenobergrenze. Naja, im Endeffekt kann die USA jetzt Geld drucken bis zum Ermessen, ohne dass hier irgendwas passiert. Wird abwarten, wie spannend das hier auf jeden Fall noch wird. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Im Endeffekt das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Hier weiterhin kein Trade offen, hier warte ich erstmal noch ein bisschen ab. Wir ziehen uns trotzdem mal ganz kurz das FIP-Level. Ich will hier erst nur nochmal ganz kurz ein bisschen Ordnung schaffen. Was auch interessant ist, kein höheres Hoch. Wir haben hier wieder nur ein bisschen Liquidität abgegrast. Schönes Doppeltop, wenn man das jetzt so sagen würde, aber dafür ist mir der Trend einfach ehrlich gesagt ein bisschen zu schwach. Dass wir jetzt hier einen großen Dump sind, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deswegen, kurzes FIP-Level ziehen. Wir sind genau hier am Golden Pocket jetzt erstmal rejected, also an unserem Support. Chance besteht, dass wir von hier aus auf jeden Fall erstmal einen Bounce kriegen. Position bin ich gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich aufmache noch oder nicht. Würde ich jetzt erstmal nochmal ein, zwei Stunden abwarten, wie so ein bisschen der Markt reagiert. Weil sollten wir jetzt hier einen Bounce kriegen, wäre es vielleicht gut nochmal ein höheres Tief zu kriegen und dann erst nach oben hin alles rauszunehmen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan. Ansonsten, wie gesagt, Posi würde ich erstmal noch nicht aufmachen. Sollten wir hier dann eine Position aufmachen, könnten wir einen relativ tighten Stop-Loss eigentlich sogar legen. Wir schauen uns das Ganze mal prozentual an. Also wenn wir jetzt hier reingehen würden, könnten wir einen Stop-Loss hier unter 1845 liegen. Besser wäre es eigentlich hier unten 1817, aber 2,84% Risk ist mir ein bisschen zu viel für eine Position. Da würde ich eher das Risiko gehen, dass wir den hier runter auf 1845 legen. Dort haben wir ein bisschen mehr Überschneidungen und würde sehr, sehr gut passen. Wenn wir uns das übergeordnete FIP noch dazulegen, also das heißt von dieser Gesamtbewegung bis zu unserem Top, schauen wir auch mal, ob wir hinten hoch. Manchmal Trading View Katastrophe, kann ich euch nur sagen. Auf jeden Fall, das übergeordnete FIP haben wir hier auch mit dem 0,5er, wo wir momentan oder den letzten Wochen immer wieder Support gefunden haben. Auch sehr, sehr viele Überschneidungen, also es würde sehr, sehr gut passen, dann hier den Stop-Loss auch da drunter zu legen. Mehr gibt es eigentlich auch bei Ethereum, jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen. Montag meistens Fake Move Monday, schauen wir mal, was da noch kommt. Gold habe ich auf jeden Fall noch im Blick, dort Positionen jetzt eröffnet. Werde ich euch dann aber auch, glaube ich, im Laufe des Tages nochmal ein bisschen mehr Updates dazugeben. Momentan mal ein kurzes Update kann ich ja reingeben. Das war so der Weg, also Ziel ist eigentlich grundsätzlich das Golden Pocket, nur ich habe ja schon im Wochenausblick dazu gesagt, ich würde gerne eine Position eher schon mal öffnen. Und da wir jetzt hier in so einem Bereich sind, 1940 US-Dollar, könnten wir dann im Endeffekt hier unten die Position noch einmal verdoppeln. Also auch da kriegt ihr später noch ein Update in der Telegram-Talk und Signalgruppe. Sollte dann erstmal reichen, Bitcoin-Trade, Gold-Trade und dann schauen wir mal, was noch diese Woche so ansteht. So, dann zum Schluss noch Newslage, Krypto-Community, Reaktion auf Senator Warrens neue Haltung. Mehrere Mitglieder der Krypto-Community haben die jüngste Haltung von Senatorin Warren kritisiert, wonach Krypto von illegalen Akteuren für ihre Aktivitäten genutzt wird. Also the same shit every day, kann man im Endeffekt nur dazu sagen, es ist immer das Gleiche, aber gut. Lest euch den Artikel gerne durch, müsste mittlerweile auch in der Telegram-Gruppe drinnen sein. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und dann wünsche ich euch einen guten Start in die Woche, ich hoffe auf eine erfolgreiche Woche und dann war es das von mir, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay Krypto!